Der Schwergewicht der Jungen ist die Gewichtskresse des 91 Kürtel. Hier steht sich gegenüber einem Kampf über drei Eintracht. Der rote Degel von Boxkinder Züleimann Adjoglu. Sein Gegner von Boxkinder hat er drückte Yasi Kirki Zawoglu. Und gleich über die Tag kommt Karl-Heinz Kribulinski. Der Ring frei und ein. Der Ring frei und ein. Sehr gut. Schöne Wanderersen. Sehr gut, Herr Kürtel. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.